Ladies and Gentlemen, Dark Souls 2. So, das Ende naht. Und ja, ich bin sehr traurig. Wo lang? Wo lang? Wo naht? Wo? Ich denke nicht, dass es naht. Das Spiel dauert noch. Ist schon schön, aber ja, ist auch... Nein, 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 nicht kaputt. Geh nicht kaputt, bitte. Alter, wie nervig die Gegner sind. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Ihr wisst ja, die Rüstung ging kaputt. Die machen alles kaputt. Mal gucken. Guck das an, Drachenring. Shit. Na ja, so geht's auch. Na ja, Blutungsring, ne, äh, Pfeile sind schon ein bisschen teuer. Es bricht, es tut mir weh. Es bricht, es bricht mein Herz. Oder wie sagt man? Aber, scheißegal. Aha, guck da ist die Mama. Mama Bär. Wo ist der Papa Bär? Oho. Du Giftloser. Stirb. Schmor in der Hölle. So. Meine Güte, meine... Ding geht kaputt. Meine, 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 mein Ring geht kaputt. Reparaturpulver. So. Oh, alles wieder gut. UFC. Oh, geil. Wer ist dein Lieblingskämpfer? Ich kann es mir ja vorstellen, wer das ist. Also, ist es immer noch Dos Santos? Oder hat sich da was geändert? So, jetzt müssen wir... Es kommt Zeit, wo man da nicht anders kann. Schieß doch. So. Die müssen da zu sterben. Ja. Ich würde auch gerne, ich würde auch gerne da reingehen und alle abknallen. Nein, nicht abknallen. Beschneiden, aber... Wenn nicht geht, geht nicht. Oha, wie er sich geheilt hat. Tschüss, wie viel? Das ist nicht dein Ernst. Und jetzt schon wieder heilen. Bleib bei mir. Nein. Ich mache auch nicht so viel Schaden. Wie oft kann er das? Interessiert mich jetzt gerade. Irgendwie. Irgendwie. Nein. Ey, du Penner, du. So, komm. Komm hoch. Wieso kommt er nicht? Nein. So. Die sind schon intelligent. Die wissen schon, wie was, ne? Okay, gut. Dann komme ich zu euch. Was ist los? Wieso kann ich damit keinen Schaden machen? Großpfeil. Kann ich die benutzen? Ja? Ne, geht nicht. Oder? Nein. Wieso? Ich brauche Großbogen. Deswegen vielleicht. Scheiße. Und diese Eisenpfeile, sind die gut? Die waren zu günstig. Die können nicht gut sein. Oho. 40 Schaden. Okay. Dauert schon lange. Hohoho. Aber sicher ist sicher, ne? Wir sind so... Ich bin in diesem Gebiet einfach einmal zu oft gestorben. Ne? Da... Da... Aber okay. Leuchtfeuer ist gleich hinter uns. Wir würden nicht viel verlieren. Aber... Trotzdem. Stress trotzdem. Tyson? Wer ist Tyson? Ah, dieser Afrikaner. Ah... Du meinst Tyron? Ne, ich meine jetzt im echten UFC. Guckst du das echte? Du meinst Mike Tyson? Okay. Verstehe. Ne, ich meinte jetzt... Ähm... Im echten. Aha. Er ist tot. Ja! Okay. So. Jetzt... Bist du an der Reihe. Was macht der? Ich hab's genau gewusst. Noch die. Noch die töten. Oh nein. Oh nein. Gut. Ja! So. Ladies and Gentlemen. Gleich gibt's ein Bosskampf. Ich hoffe ihr freut euch. Ich hatte dreien... Ich habe immer Angst in diesem Spiel. Wenn ich tausendmal sterbe, Redman, dann ist es schon blöd auch. Weil ich nehme auf und dann ist es schon... Man sollte schon vorankommen. Oh Gott. Wer schießt auf mich? Wer schießt? Oh... Oh nein. Ich sehe jetzt auch nicht. Wohin? 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 Wohin ich springen kann? Nein! Geh weg! Oh... Geh weg! Oh... Nein! Und jetzt, wenn ich direkt zu ihm renne, stirbe ich bestimmt. Ich weiß es. Ich fühle. Oh nein! So. Kurzen Prozess. Ciao, Louis. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Wir haben elf Estusflakons. Ich glaube in dem Spiel kann man zwölf haben. Ja? Ist schon schön. Wenn man zwölf haben kann. Was ist da so gl... Aha. Alter, ich habe Angst. Ich muss. Ich muss einfach... wo ist Boss? Wo? Ich frage gleich, wo er ist. Er hat sich versteckt. Er... dauert nicht mehr lange. Gleich hier. Oh, was ist das? Aha. Komm ich da rüber? Oh Scheiße. Du musst nicht runter gucken. Nicht, dass sie sterben. So. Guck, da hinten ist noch was. Oh. Aha, ich komme noch da hinten. Oh. Alter, hast du mich... Ey. Böse erschrocken, aber voll. Oh Scheiße. Oh, Menschenbild. Dankeschön. Da ist noch einer, ne? Genau. Ähh. Hoch hinten. Jam. Was machst du da? Wieso machst du Theater? Aha, guck, da ist noch was. Noch ein Essosflakon? Und dann weine ich. War ich da schon? Ja klar, von da bin ich gekommen. Ja, weiß doch nicht. Die Orientierung ist sowieso nicht mein Freund gerade. Ich will einfach da schön vorankommen. Mehr will ich nicht. Mehr will ich nicht. Das Gebiet hat mir definitiv von der Nase gezogen. Die Freude. Und ich glaube... Wo habe ich das gesehen jetzt? Da ist bestimmt noch etwas. Da hinten. Ich kenne mich. Ich kenne solche Spiele. Da ist bestimmt etwas. Oder? Ist da was? Nein, sieht nicht so aus. Nein. Okay. No Panik. No Panik. So, nimm nimm. Oho. Klatschen. Üf. In echt, ja? In echt. Ja, bei Gregor. Okay. Ja, wieso nicht? Also, ich mag Cain Velazquez. Dann mag ich... Also, früher Brock Lesnar sowieso. Jetzt kämpft er ja nicht mehr. Also, Cain Velazquez. Daniel Cornier mag ich auch. Sehr gut. Und dann... Ähm... Dann... Miocic. Der Kroate. Ja. Den finde ich auch Hammer. Alter, was ist das jetzt? Geh weg. Geh weg. Ich will den Boss bekämpfen. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Oh nein, kommt er rein? Er kommt rein. Okay, wir müssen kämpfen. Ich hoffe, wir gewinnen nicht. Sehr seltsam. Bist du seltsam? Oh, seltsame... Shift. Oha... Shit. Beeil dich. Oh Gott, wenn das ein bisschen schneller gehen würde... Oh, greif sie ja nicht an. Ich will nicht... Oh nein, was mache ich? Was habe ich da jetzt gemacht? Ich glaube es einfach nicht. Ich habe gedacht, ich habe die Waffe... Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich habe gedacht, ich habe meine Waffe ausgerüstet, obwohl ich gedrückt habe. Und wie immer, dasselbe Problem. Man muss gucken, man muss... Man darf nicht darauf sich einlassen. Ja, er hat die Waffe geändert. Nein. Man muss gucken, sonst passiert genau das. Was mir jetzt gerade passiert ist. Hammer. Wirklich. Naja, ich glaube ich werde jetzt das Rennen. Also, dieses Gebiet. Ich werde jetzt nicht alle nochmal bekämpfen. Oh. Mist. Er war gar nicht stark. Er hat extrem viel Schaden gemacht. Mit seinem Bogen. Halt. Ja, diese Eisenfeiner sind gut, ne? Voll. Ich muss sagen, ich bin Fan. Ich bin ein Fan davon. Kann ich das jetzt durchrennen? Ich weiß nicht. Ich werde versuchen. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, ne? Dann scheißegal. Ei, 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 ei. Was ist das? Oh Gott. Oh nein. Er ist schon wieder da. Nie mehr sterbe ich. Ich habe es genommen. Juhu. Oh nein. Ja, wir schaffen das ohne, dass wir kämpfen müssen. 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 Genau. So ein Mist. Was ist hier tausendmal passiert? Dass ich, dass ich, Ich wollte die Waffe wieder ausrüsten. Ich habe, obwohl ich links, also rechts gedrückt habe, so, hat es nicht gemacht. Meinst du das? Hallo, Inject, hallo, Willkommen. Ja, also, was mir jetzt schon ein paar Mal passiert, ist meine Schuld. Aber halt, man guckt nicht immer drauf. Ich mache das automatisch, ich drücke einmal rechts, damit, damit ich wieder kämpfen kann, mit meinem Schwert. Ja, und was passiert? Ah, gar nichts. Ich habe immer noch Wunderglocke. Muss noch gucken. Noch, äh, genau, hinschauen. Ja, guck. Alles gut. Hör mal. Please, dankeschön für den Follow. Dankeschön, willkommen. Hallo. Genau, ne? Ja. Voll. Schön, dass du das bestätigen kannst. Oh, wow. Na ja, was wirst du machen? Das hat vielleicht auch extra so gemacht, damit man... Oh, shit. Ja. So, jetzt. Oh, mein Gott. Tot. Fuuuck. Schnell! Oha. Okay. So, jetzt. Aha. Steh, du Schifft. Nein, Kondition. Oh. Fällt gleich runter. Komm doch zu mir. Du Kind. So, Gott. Endlich. Was ist das? Alles gut hier? Ja. Oha, oha. Menschenbild. Schön. Wer will rasiert werden, oder? Was ist da? Da ist nichts, oder? Okay, Boss Time. Ladies and Gentlemen. Die Zeit ist gekommen, glaube ich. Aha. Was ist los? Phantom. Ach so. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass er dich trifft. Okay. So. Boss Kampf. Mal gucken. Hab ich da... Na ja, das dauert ja auch nicht lange, ne? Wenn man das benutzt. Guck das mal an. Zwölf Stück habe ich. Das reicht für die nächsten 50 Parts. Äh, 50 Parts. Ich meine 50, ähm, Ding. New Game. Also, ich denke, vielleicht, vorübergehend, Feuer, das ist kleiner, ne? Das ist größer. Kann das sein? Goldharz, kohle, härtiges Harz. Blutungsserum. Vielleicht war für rechte Hand Blutungseffekt. Wo tot? Nein, ich lebe noch. Bitte. So, ich nehme mal Blitz. Keine Ahnung. Ja, jetzt wird das wirklich, äh, toll. Ich hoffe. Ja, für uns. Na ja. Let's do it. Oh Gott. Viel Spaß. Wünsche ich euch. Okay. Du hast gesungen die ganze Zeit? Und ich dachte, das ist eine geile Frosch. Oh, heil. Oh, shit. Nein, Waffe. Ich habe gedrückt. Ich schwöre. Scheiße. Ich habe gedrückt. Schon wieder Scheißglocke. Das glaube ich einfach nicht. Wenn ich wegen sowas sterbe. werde ich traurig. Und wie ich traurig werde. Spring doch. Ja, okay. Also, das sieht sehr gut aus. Auf was soll ich warten? So, vielleicht einmal schlagen und zehnmal. Oh. Na ja, gut. Die lässt mir Zeit wenigstens, oder? Oder? Aha. Jetzt kommt die zweite Phase. Scheiße. Scheiße. Wo, zweite? Wo? Hä? Komm. Oh nein, stirb jetzt nicht. Nein. Ich bin... So ein geiziger Mensch. Wieso benutzt du Estus nicht? Ich habe mich so daran gewohnt. Frosch-Schenkel zum Frühstück. Ja, wäre nicht schlecht jetzt. Ah, Frosch-Döner. Ne? Alter. Jetzt muss ich da durchrennen. Ah, bis die mal sterben, bekomme ich Krise. Geh weg. Kommt mir bloß nicht in die Quere. Horror. Horror. So. Vielleicht muss ich nicht alle töten, ne? Ja? Eisenpfeile sind teuer. Gut. Jetzt kann ich schön hier weiter rennen. Vorbei rennen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, einmal muss sein, ne? Ein Treffer muss sein. Das ist Tradition. Oh shit. Das war so knapp. Na dann. Let's do it. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee.